Fischfutter und Fischkrankheiten Teil 7 Kryptokarien- oder Weißbündchenkrankheit in Meeressfischen mit besonderer Aufmerksamkeit heute auf das Riffaquarium. Ein kranker Fisch, wichtig ist es, dass wir eine gute Recherche machen. Versuchen Sie erstens die Ursachen der Fischkrankheit zu bestimmen. Zum Beispiel Temperaturschwankungen von weniger Grad oder kalte Zugluft durch offenes Fenster oder Tür. Es gibt auch Möglichkeiten, dass es Temperaturschwankungen gibt. Oder Belüftung, zu viel Belüftung in die Zimmer oder Klimaanlage, die zu kalt ist, ein schlechter Thermostat, schlechte Quarantäne bei neuen Fischen oder anderer Stress. Auch wichtig, stellen Sie eine korrekte Diagnose. Dabei ist ein Mikroskop sehr wichtig, die Fehler zu vermeiden. Und Medikamente in Kombination mit einem funktionellen Fischfutter können Ihnen sicher helfen. Das werden wir heute etwas mehr erklären. Stellen Sie sich Fragen und suchen Sie nach den Ursachen. Fragen über das Wasser. Haben wir Wasserteste gemacht? Über das Aquarium ist alles in Ordnung mit Filter und Heizung? Die Geschichte des Fisches. Was haben Sie gemacht? Was ist mit den Fischen passiert in den letzten Monaten? Und Krankheitserreger. Die sind da vielleicht anwesend und sind vielleicht neu angekommen. Das haben wir schon in vergangener Zeit gemacht. Die Quarantäne ist eine Notwendigkeit, um viele Probleme zu vermeiden. Dies führt zu gesunderen Fischen und einem viel geringeren Krankheitsrisiko. Darum an Quarantäne. Und die Quarantäne ist wichtig, dass wir die neuen Fische 20 bis 28 Tage im gleichen Meerwasser wie das zukünftige Aquarium halten. Stärkung des Fischresistenz mit Präbiotika und Probiotika, zum Beispiel mit Dr. Basler, BFF Food Professional Care oder Forte. Falls erforderlich, eine antibakterielle und oder antiparasitäre Behandlung, in Besonderes zur Vorbeugung von Kryptokarien und O-Dinium. Süßwasser-Däder können helfen. Sicher, aber wichtig, dass wir damit die gleiche Temperatur und gleiche pH ansetzen wie das Meereswasser. Ein guter Ankauf in einem anständigen Geschäft mit konditioniertem Fisch verhindert viele Probleme. Die hauftigste Krankheit bei unseres Meeresfischen ist Kryptokarien. Hier sehen wir die Bilder von dieser Krankheit. Und hier an der linken Seite sehen wir die gelbe Farbe von den Fischen schwer, die Pünzchen zu entdecken. Darum müssen wir Fische gut beobachten. Und die Weißbüttchenkrankheit oder Kryptokarien, es ist wichtig, dass wir die ersten Symptome bemerken. Schon am Anfang von der Krankheit, dann können wir noch eine gute Behandlung einsetzen. Und dann ist der Fisch noch kräftig, dann frest er noch gut und er kann ja noch viele Medikamente vertragen. Ein Hinweis, es ist nicht immer Kryptokarien oder Meerwasser-Ictio. Hier an oben sehen wir die Bilder von den zwei Fischen hier. Das ist dann beide eine virale Infektion Lymphocystis. Und hier links unten die Pfefferkrankheit oder Odinium. Sehr kleine, feine Punten. Und hier rechts die einigen Punten in den Schwanz. Das sind Metaserkarien oder Würmerlarven. Können wir nicht behandeln. All sieht aus wie Ictio. Mehres, was ich habe, ist keines. Darum ein Mikroskop. Kryptokarieninfektion ist es nicht immer leicht zu sehen. Hier sehen wir den blauen Doktor. Wir sehen, ja, etwas Pünktchen sehen wir, ist nicht so einfach zu sehen. Aber auf die dunkere Farbe hier, sehen wir hier, wenn er umdreht, ja, hier sehen wir schön die weiße Pünkte. Auf dem Schwanz kaum etwas zu sehen. Darum müssen wir unsere Fische jeden Tag gut beobachten und die Krankheit schnell entdecken. Die Kriptokarien ist in der Kiemen auch anwesend. Und damit ein Problem, dass schwere Verletzungen auftreten. Das ist ein kleines Tierchen, die die Fischverletzungen bringt. Die Parasiten verursachen viele Schaden und vor allem in den Kiemen und daher oft die Todesursache, wenn es so viele Verletzungen hier gibt und keine Gasauswechslung gibt, gibt Risiko auf Krankheit bei unseren Fischen. Wir können diese Krankheit bekämpfen, wenn wir den 7-10-Tagen-Syklus der Parasiten kennen. Und die Parasiten hier oben am Stage A, sind die Pünktchen, die wir sehen, die Pünktchen. Nach einigen Tagen fallen die unten und vermehren sich. Auf die Vermehrung kommen etwa 200 Babys, die Therons und dann die Tomite, die dann wieder den Fisch infizieren. Und im Gesamt dauert den Siklus 7 bis 10 Tagen abhängig von der Temperatur. Hier ist es auf 25 Grad angezeichnet. Und hier dieses da ist wichtig für uns. Da können wir Behandlungen einsetzen. Das werde ich etwas mehr darüber erklären. Darum haben wir eine neue Methode, die Dr. Basler Anti-Ich-Methode, mit einer Medizin gegen Kryptokarien, zum Beispiel Faunamor oder Protamor. Dadurch werden die jungen Parasiten getötet. Und dabei haben wir eine Dr. Basler-Biefischhut-Matrine. Und die sorgt dafür, dass die Schleimhaut Parasitenresistent wird. Und damit Kryptokarien nicht anhaftet oder infiziert. Oder die Parasiten werden ausgestoßen. Das ist eine neue Methode. Und verwende sie das Dr. Basler-Biefischhut-Matrine, um die Kryptokarien fernzuhalten. Das ist eine neue Art von funktionellen Fischfutter. Ein Granulatfutter, das frisch mit zuvor der Pflanzenextrakt, Matrine hier, überzogen ist. Das nennt sich ein chineses Kuchen und der den Schleim so verändert, dass die Parasiten nicht nisten wollen oder abgestoßen werden. Wie ein Anti-Mücken-Lotion. Auch sehr praktisch zur Vorbeugung und wird schon oft angewendet bei Exporteuren und Importeuren, Vorbeugung von der Kryptokarien-Krankheit. Wissenschaftliche Studien zeigen uns die antiparasitäre Wirkung von Matrine, das Pflanzenextrakt von Sephora, gegen die Kryptokarien-Krankheit. Die Studie von Matrine in Fischfutter gegen Parasiten-Krankheiten sehen wir hier, dass es weniger Parasiten gibt, wenn wir da futtern mit Matrine. Hier nach einigen Wochen sehen wir fast die Hälfte von den Parasiten und auch viel weniger Verluste. Hier die Überlebungschancen sind viel größer, wenn die Fische ein Futter bekommen mit Matrine. Und hier nach drei, vier Wochen sind all die Fische tot nach einer Kryptokarien-Infektion und die haben das überlebt mit Matrine in das Futter. Ergänzende wissenschaftliche Studie hier gibt, dass Sephora stärkt auch die Immunität gegen bakterielle Infektionen. Die Dr. Basley-Anti-Eck-Pethode gibt auch die Möglichkeit, dass wir Temperatur und mit Filter und UV- oder Bodenabsaugung oder Beleutung etwas machen können. Neben das Futter und an Medikament haben wir auch die Möglichkeit, etwas zu unternehmen und etwas zu tun gegen diese Parasiten. Darum werde ich euch erklären über die Behandlung von Kryptokarien. Besonders in der Anfangsphase können wir sehr viel machen. Besonders unser Spezialfutter, das Dr. Basley-Bierfischhund Matrine, gibt eine Schleimhautveränderung und damit die Wirkung Parasitenresistent. Man muss mindestens 20 Tage füttern und kein anderes essen. Somit bekommt der Fisch genügend Matrine und genügend Schutz. Kombinieren Sie das mit Süßwasserbädern, wichtig, dass die pH und Temperatur ähnlich sind wie das Meerwasser-Aquarium. Oder versuchen Sie einen niedrigen Salzgehalt, zum Beispiel bis 1015. Wir können Behandlungen einsetzen mit Medikamenten, zum Beispiel Faunamor, aber wichtig, befolgen Sie die Anweisungen, sorgfältig. Nach Behandlung ist notwendig. Für das Riff-Aquarium werde ich weiter etwas mehr erklären. Aber auch zuerst nach der Ursache suchen. Meistens eine Temperaturschwankung. Sonst, was kannst du noch machen? Noch tun? Den Ansaugfilter, zum Beispiel am besten 5 cm über dem Boden, den saugt die Kryptokarien weg. Errühren Sie zum Beispiel die Temperatur um 2 bis 3 Grad. Damit die Kryptokarien-Cyclus zu beschleunigen. Und holen Sie sich genügend Sauerstoff. Muss vielleicht notwendig sein für Ihre Fische. Lassen Sie das Licht an 24 bis 24, am besten in den ersten Tagen, damit sich die Kryptokarien nicht vermehrt, in kleinere Mitte. So, wenn es dunkel ist, am Nacht vermehren sich die Parasiten sich. So, wenn das Licht an ist, 24 bis 24, vermehren die sich nicht. Zwei Mal am Tag den Boden absaugen, um die Parasiten Kryptokarien manuell zu entfernen. Feinmaterial-Filtration, damit können wir auch Kryptokarien entfernen, kleiner als 300 µ. Möglicherweise auch UV-Filterung. Vorgeschrittene Stufe. Es gibt daher Kiemenschäden, die Möglichkeit, und auch sekundäre bakterielle Infektionen, die die Verwendung antibakterieller Arzneimittel wie Firumor oder Ektomor erfordern. Manchmal ist es zu spät zur Behandlung. Darum, Behandlung bitte in die Anfangsphase. Bitte Ihre Fische gut beobachten, jeden Tag. Hier erkläre ich nochmal die Zyklus von den Parasiten, hier unten. Und wenn es dunkel ist, am Nacht vermehren die sich. Und kommen die Baby-Kryptokarien daraus. Und hier können wir eine Behandlung einsetzen. Natürlich, mit Temperatur und Filter können wir auch andere Sachen einsetzen. Hier auf diesem Stadion können wir Einwirkung haben. Und mit Medikamenten wie Faunamor oder Protamor können wir diese kleine Parasiten, die Krankheitserregen, die wieder die Fisch infizieren, anfassen. Und das Matrien unseres futterschützten Fisch. Auch für Riff-Aquarium werde ich etwas erklären über unsere Dr. Basler-Anti-Ik-Methode gegen das Kryptokarien. Wichtig ist, dass unsere Dr. Basler-Biefischhundmatrien mit dem Pflanzenextrakt dafür sorgt, dass die Kryptokarien nicht gerne in der Schleimhaut heftet. Das ist eine Abwehr für den Fisch. Und auch das Basler-Biefisch-Futmatrien enthält auch Probiotika, Pediococcus für eine bessere Darmflora, auch eine Abwehr. Nur dieses Essen für mindestens 20 Tage an die Fische gebe, kein anderes Futter. Und damit Fisch genügend als Matrien bekommt. Manchmal reicht dieses bereits als Behandlung aus, wenn es im Anfangsstadium angewendet wird. Darum bitte so schnell wie möglich behandeln. Was Sie auch tun können, ist die Temperatur erhöhen und die Cyklusschub beschleunigen. Bitte pass mal auf für genügend Sauerstoff. Das gibt natürlich auch die Chance oder den Stress für die Korallen. Lassen Sie das Licht an, 24 auf 24, damit der Kryptokarien sich nicht vermehrt und aufteilt in die Kryptokarien-Termite. Das Licht könnte auch natürlich ein Stress sein für Ihre niedrige Tiere. Den Boden absaugen, zweimal im Tag, können Sie die Parasite manuell entfernen in Ihres Riff-Aquarium. Auch die Ansaugfilter, 5 cm über dem Boden, saugt das Kryptokarien weg. Fein Materialfiltration, auch möglich. Auch UV kann eine Hilfe sein, die Parasite zu töten. Verwenden Sie möglicherweise auch Protomor von Aquarien Münster, um die Baby Kryptokarien-Termite abzutöten. Dieses Medikament ist sicher für niedere Tiere, kein Risiko. Wollen Sie mehr Info über die Fischkrankheiten? Unser neues Buch ist erhältlich bei Aquarien Münster, mit mehr Angaben über Behandlung und Diagnose von den Fischkrankheiten bei unseren Meerwasserfischen. Wir sind verantwortlich und wir unsere Tieren in Aquarium lageren. Ich bedanke mich.